Ich denke, die drei Jahre, was eine Foundation tun ist, ist sehr wichtig, was alle Kandidaten hier leben. Für alle, was uns die akademische Klassen tun können, wie wir extra was können, extra was können, extra was können. Für alle, was uns die akademische Klassen tun, weil alle lehrt bei uns und uns ganz lieben alle einbauten. Was beteken die Neuskof hier? Was beteken die Neuskof hier? Das ist ein Reis für mich. Das ist ein Platz, in dem ich wohnen im Publik war mit der Familie. So ist es, um mich zu haben. So ist es in die Barat, als ich alles wehleide, in der Karriere sind. So ist es, es ist ein Projekt praktisch, was ich mir getan habe, gewohnt ich mit meinen Freunden, und dann wird es ein Leben gejält. Ich bin lecker. Warum? Ich bin lecker für die Neuskof. Was ist die leckerste Deel von die Neuskof? Ich speel gut. Ich speel. 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 Đückebli. Ich speel. Ein SBSKof. Ich speel. Ich speelte. Ich speel. Ich freue mich. Ich bin lecker. Man Woel. 블� viene. Vielen Dank.